Ja, geil. Also jetzt bin ich gerade noch platt im Kopf, muss ich sagen, aber so langsam kommt es, dass die Freude natürlich brutal ist, weil wir haben hart dafür gearbeitet. Wir haben jetzt den Schritt gemacht. Es ist eine Weltmeisterschaft. Wir sind ja nicht zum Urlaub hier, sondern es ging darum, sich für das Viertelfinale zu qualifizieren. Das ist das Erste, aber es hat ja keiner gesagt, dass wir mit dem Viertelfinale dann zufrieden sind. Ja, perfekt. Also perfekter Tag heute, auch wenn das Spiel ein bisschen schleppend für uns losging, aber wir haben uns reingekämpft, haben wieder zum Ende auch eine tolle Performance gezeigt, alle Vollgas gegeben und wieder verdient als Sieger vom Platz gegangen. Ja, und das Ganze heute mit meinem Hundertsten zu krönen oder dann mit dem Viertelfinaleinzug, erstes Ziel der WM geschafft, ist ein guter Tag heute. Also ich hoffe, dass alle ordentlich mitfiebern. Wir werden Gas geben, das verspreche ich. Auch egal, wie das jetzt gegen Dänemark ausgeht, wir sind heiß hungrig. Wir wollen weiterkommen als das Viertelfinale. Gerne mal um eine Medaille mitspielen, das ist unser Traum. Also ich hoffe, alle in Deutschland drücken die Daumen. Ich gehe fest davon aus und wir werden unseren Job hier erledigen.